Hallo und herzlich willkommen liebe Fußball- und FIFA-Freunde zu der siebten Episode FIFA Corner mit meiner Wenigkeit Mario Wiesker. Ich hoffe euch da draußen geht es gut und ihr wart sehr sehr brav am trainieren. Warum? Ja, in der fünften Episode habe ich euch super zwei Tricks erklärt, wie ihr schneller und besser im Abschluss seid und welche offensiven Varianten. Letzte Woche habe ich euch präsentiert meine aktuellen Aufstellungen und Taktiken, die overpowered sind. Vor allem auch super overpowered Spieler, die ihr euch in ein Team einbauen könnt. Und ich hoffe, dass ihr die letzten zwei Wochen brav trainiert habt, vor allem letzte Woche mit der Formation und Taktik. Ja, heute geht es um die Squad Builder Challenges. Ich werde euch erklären, A, was ist das? B, was bringt es? C, worauf muss man achten? Und D, welche Lösungen gibt es dafür und wo kriege ich diese Lösungen her? Muss ich mir die selbst überlegen oder gibt es so kleine Tipps und Tricks auf bestimmten Seiten, wo ihr euch so ein bisschen einen kleinen Schummler holen könnt, damit das Ganze schnell und gut funktioniert. In diesem Sinne wünsche ich euch viel Spaß mit der siebten Episode. Let's go! So, ja, ihr seht hier das FIFA Ultimate Menü und ihr habt die Möglichkeit hier neben Transfers auf Squad Building Challenges zu klicken. Squad Builder Challenges sind mehrere Möglichkeiten, um zu Packs zu kommen, um gewisse Spieler zu erarbeiten und wie das Ganze funktioniert, werde ich euch zeigen. Es gibt vor allem aktuell immer solche Player of the Month von bestimmten Ligen, Spieler des Monats, so wie jetzt zum Beispiel den lieben Writz von Leverkusen und Koulibaly von Napoli. Was das bedeutet und wie das funktioniert, werde ich euch gleich aber zeigen. Es gibt aber auch immer so Live-Dinger, die immer nur eine gewisse Zeit laufen. Das heißt, hier zum Beispiel in drei Tagen ist diese Challenge dann vorbei. Das heißt, diesen Spieler gibt es dann einfach nicht mehr und den kann man auch gar nicht mehr ziehen, so wie jetzt zum Beispiel den Ronaldo. Es gibt aber auch einige so Upgrades, wo ihr zum Beispiel untauschbare Spieler, die ihr eh nichts braucht, einfach hier verwenden könnt und dann kriegt ihr zum Beispiel ein Goldpack oder gewisse Dinge. Es gibt immer für diesen ganzen Squad Builder Challenges, Bereiche immer gewisse Bedingungen, die ihr machen müsst. Und gehen wir grundsätzlich jetzt mal zum Beispiel in diesen Vinaldom rein. Hier müsstet ihr drei Teams bauen. Ein Team mit einem Spieler, wo ein Once-to-Watch-Spieler ist, also der, was vor kurzem gewechselt ist vor der neuen Saison. Dann zum Beispiel tauscht ein Team mit PSG-Spieler ein. Hier steht auch immer rechts die Voraussetzung, dass mindestens ein gewisses Gesamt-Wating sein muss, eine gewisse Team-Chemie sein muss und eben diese Voraussetzung mindestens ein PSG-Spieler. Und hier zum Beispiel tausche ein komplettes 86er Team ein, 65 mindestens Chemie und 86 Bewertungen. Wenn man diese Dinge erfüllt, dann würde man zum Beispiel diesen Spieler kriegen. So, und jetzt ist es wichtig zu wissen, zahlt sich überhaupt so eine Squad Builder Challenge eigentlich aus? So, um vielleicht mal so Upgrade-Packs zu bekommen. Vor allem, wenn man irgendwie Silberspiele hat oder Bronze-Spiele. Und die verwendet man eh nicht. Und bevor man sie absteht um 0 Euro, einfach hier reinballern, hier einfach ein Goldspieler-Pack kriegen oder hier ein gewöhnliches Spieler-Goldspieler-Pack. Und dann kriegt sie vielleicht mit Glück mehr raus, als wir eigentlich reingeben. Also ihr habt vielleicht einen Return on Investment. Aber gehen wir jetzt nicht zu diesen Packs Squad Builder Challenge, sondern zu den Spielern. Was eigentlich viel wichtiger ist und auf was man da achten muss. Das Wichtigste, was man mal verstehen muss, jede Squad Builder Challenge hat einen gewissen Wert. Weil wenn wir hier nochmal reingeben, wenn ich mir jetzt das anschaue, die Voraussetzungen, dann muss man auf jeden Fall ein gewisses Team und ein gewisses Geld haben, was man dafür eintauscht. Und das Wichtigste ist, zahlt sich überhaupt das ein, diesen Wert einzutauschen, indem ich dann so eine Karte kriege, so eine Once to Watch von Vinaldo zum Beispiel. Oder zum Beispiel von diesem Florian Wirz von Leverkusen, der Play of the Month Spieler des Monats. Und das muss man halt abschätzen. Und ich mache jetzt mit euch einfach in diesen drei Bereichen einfach ein Live-Beispiel. Nehmen wir jetzt zum Beispiel diesen Wirz her. Der hat 81 Dempo, 82 Schießen, 85 Passen, 89 Dribbling. Das heißt, was er überragend hat, ist 89 Dribbling. Der Rest, muss ich euch ganz ehrlich sagen, würdet ihr Spieler kriegen, die vermutlich günstiger sind, mit besseren Werten. Das heißt, ist das eine langfristige Investition? Nein. Ist es Geld aus dem Fenster, Spiel aus dem Fenster? Ja. Das heißt, würde ich euch solche Squad Builder Challenges raten? Nein. Das heißt, das Wichtigste, was ihr hier bedenken müsst, sind immer, wenn ich schon Spieler und Geld eintausche, habe ich dann das, was ich zurückbekomme? Erstens A, ein Mehrwert. Ja. Und B, habe ich den aber auch länger. Und jetzt nehmen wir zum Beispiel den Vinaldum her. Okay, hier würde ich zum Beispiel eine One-to-Watch-Karte kriegen. Das bedeutet, eine One-to-Watch-Karte, wenn der eine Inform-Karte kriegt, das heißt, wenn er am Wochenende im Team of the Week ist, weil er eine besondere Leistung erzielt hat, besonders gewisse Vorlagen erzielt hat, Tor geschossen hat, dann würde diese Karte stets von den Werten her immer besser werden. Das heißt, nicht so wie beim Florian Wirz, das sind die Werte und die bleiben so die nächsten paar Monate. Deshalb ist diese Karte ein absolutes No-Go, die zu machen. Eine Vinaldum-Karte muss man sich eventuell überlegen. Natürlich gibt es aktuell bessere Karten, die vermutlich günstigere sind, aber diese Karte würde stets steigen. Aber jetzt die Frage, spielt Vinaldum oft? Hat man oft die Chance, dass er im Team of the Week ist? Wenn diese zwei Faktoren stimmen, dann könnte man vielleicht für wenig Münzen und wenig Geld, wenn man die ganzen in seinem Verein hat, vielleicht sich überlegen zu verwenden. Warum? Weil mit Vinaldum hat man einen perfekten Link zu Mbappé irgendwann einmal, zu zum Beispiel Nehmer oder zu den Top-Innenverteidiger Kim Pepe oder Marquinhos. Oder zum Beispiel zu Hakimi. Also das muss man sich dann schon ein bisschen mehr überlegen, weil da schon mehrere Faktoren eine Rolle spielen, ob sich das auszahlt oder nicht. Bei Wirz würde ich sagen No, bei Vinaldum aufgrund diesen ganzen Überlegungen und Nachdenken eventuell Wahrscheinlichkeit eher ein Ja wie ein Nein. Ein absolutes Ja wäre zum Beispiel so ein Koulibaly. Ein Koulibaly, klar muss ich hier mehrere Dinge machen, um diesen Spieler zu kriegen. Aber aufgrund, dass ich vielleicht aus meinen Squad-Battle, Division-Rivals, Weekend-League-Belohnungen Spiele habe, die ich nicht verkaufen möchte oder gar nicht verkaufen kann und ich weiß gar nicht, was ich damit machen soll, dann wäre so eine SBC wie Bakulibaly zum Beispiel eine hervorragende. Ich muss ganz ehrlich dazu sagen, die wird es jetzt nicht geben. Die laufen immer nur bestimmte Tage. Das will ich nur mal kurz antiesern, nicht, dass ihr euch wundert oder so. Hey, den gibt es gar nicht mehr. Also es gibt immer nur ein paar Tage solche SBCs und da müsst ihr halt schnell eine Entscheidung treffen, möchte ich das oder möchte ich das nicht. Bei Koulibaly zum Beispiel, wenn ich alles im Team hätte, im Verein und das würde sich ausgehen, ohne dass ich Geld investieren muss, sondern bevor ich das Geld einfach bunkere mit meinen Spielern, stecke ich es in so eine SBC. Weil warum? Guckt euch mal die Werte an. 89 Defensiv, 87 Physis, das ist eine Mauer. Das ist einfach eine Maschine. Der war öfters mit mir McFit, seht ihr ja, der war defensiv sehr, sehr brav beim Trainieren und vor allem der ist bei einem Innenverteidiger mit 83 Tempo richtig schnell. Das heißt, wenn ihr den mit Shadow drauf klatscht, hat der einfach 93 Base. Und dann hat der aber noch plus 8 Defensivwerte, also überragende Karte. Da braucht man gar nicht lange überlegen, wenn ich alles im Verein habe, da rein zu investieren. Weil der hat super perfekt Links zu Manolas, den ich euch ja in der letzten Episode zum Beispiel empfohlen habe als Overpower der Innenverteidiger mit paar Münzen oder zum Beispiel mit Spinazzola oder mit Insigne und solche Dinge. Also das sind zum Beispiel wieder Karten, die richtig, richtig auf jeden Fall zu machen sind. Es gibt natürlich dann unrealistische Sachen, wie zum Beispiel hier Umditti. Ganz ehrlich, meine lieben Freunde, da werdet ihr, der Manolas hat fast für 1800 Münzen bessere Werte. Und der wird sicher mehr als 1800 Münzen kosten. Dieser Boadu, ja, der ist vielleicht günstig in der Erschaffung von der Squadbeater Challenge, weil ihr viel im Team haben werdet, aber wie oft kriegt der ein Team of the Week und somit verbessert sich seine One-to-Watch-Karte. Dann zum Beispiel haben wir hier Christian Ronaldo. Ich meine, natürlich ist die Karte überragend, aber schaut mal, was ihr dafür abschließen müsst. 26 Dinge. Also ganz ehrlich, da hat sich jemand nichts dabei gedacht hier in Kanada bei eSports, weil, was das kostet. Also da kann ich mir gleich die normale Ronaldo-Karte kaufen, die natürlich weniger Werte hat, aber da brauche ich nicht meine ganzen Spieler und Coins, was ich in meinem Team habe, vielleicht dafür verwenden. Also wie gesagt, schaut da ständig mal rein. Es gibt hier, wie gesagt, auch hier so Hybrid-Ligen. Wenn ihr viel natürlich im Team habt, mit denen ihr nicht wisst anzufangen, versucht es euch da ein bisschen. Und ihr kriegt dann zum Beispiel hier ein Mega-Pack oder hier ein Gemischte-Spieler-Pack. Also es gibt hier wirklich coole, coole, coole Squad-Builder-Challenge. Wie gesagt, das Wichtige, was ihr immer verstehen müsst, ist, ist das Ganze ein Return on Investment? Gebe ich weniger aus, als was ich mehr zurückkriege? Wenn ich mehr zurückkriege, was ich ausgebe, dann macht das schon mal Sinn. Das ist wie bei einer Werbung heute als Unternehmer, Sinn der Werbung, Kosten-Nutzen-Faktor. Wenn das gegeben ist und das Ganze nachhaltig langfristig ist, dann Daumen hoch. Wenn es nicht der Fall ist, dann bitte dieses Squad-Builder-Challenge auf jeden Fall weglassen. Ja, ich hoffe, ich habe euch da ein bisschen ein Input bringen können. Und jetzt, meine lieben Freunde, zeige ich euch auf Footbin, welche Teams ihr bauen müsst und welche Lösungen es gibt für diese ganzen Squad-Builder-Challenge, die es gibt, die wieder wegkommen und die in Zukunft rauskommen werden. Und wie ihr das Ganze euch live anschauen könnt, und deshalb springen wir jetzt gleich rüber zur Footbin und ich zeige euch das jetzt. So, ich habe für euch die Footbin-Seite.com vorbereitet. Diese Seite ist für FIFA Ultimate Team unmöglich, dass ihr euch die nicht verwendet und anschaut, weil mit dieser Seite, da sind so viele Tipps und Tricks dabei. Ihr seht es schon bei den letzten Episoden, ich kann mir die Statistiken anschauen von dem Spieler, wie viel er kostet, dass ihr mit dem verkauft zum richtigen Preis, zum richtigen Preis einkauft und so weiter und so fort. Man hat auch eine Handy-App dafür, das heißt, man muss nicht immer über den PC, Laptop. Es gibt auch dafür eine App und vor allem aber auch für diese Squad-Builder-Challenge super, super cool, einfach hier zu schauen, was für ein Team baue ich mir zusammen. Welche Spieler habe ich eigentlich im Kader, die ich verwenden kann? Ihr klickt da zum Beispiel auf den Florian Wirz drauf, dann geht es auf zum Beispiel komplette Challenges und hier werden immer empfohlen gewisse Teams, damit ihr diese Anforderungen auch erfüllt. Hier steht eh, man muss mindestens 84 Weighting haben, mindestens 75 Chemie, habe ich euch vorher auf der Playstation gezeigt, plus ein Spieler von der Deutschen Bundesliga. Und hier steht auch immer, was aktuell dieses Team, was sie eintauscht, was ich euch vorher erklärt habe, ob das überhaupt Sinn macht, ob ich hier 17.500 Euro für das eine Team mal ausgeben möchte oder ich habe natürlich alle im Kader und ich muss nichts ausgeben, weil ich eh nichts mit den Spielern anfange. Aber wenn ihr dieses Team baut zum Beispiel, dann erfüllt sich hier alle Voraussetzungen und dann habt ihr schon mal einen Teil dieser Challenge zum Beispiel abgeschlossen. Wenn ihr hier zum Beispiel zurückgeht, habt ihr die zweite Challenge, die ihr abschließen müsst, hier zum Beispiel 35.000. Das heißt, wenn ich jetzt diese 35.000 plus die 17.000, nehmen wir es jetzt 15.000 zum Rechnen, habe ich einfach 50.000 investiert in diesen Florian Wirz und da müsst ihr euch jetzt für euch entscheiden, ist dieser Kosten-Nutzen-Faktor, dieser Return on Investment, diese Sinder-Werbung, ist der gegeben? In dem Fall, ich habe es euch schon vorher gesagt, nein. Um 50.000 Münze kriegt ihr tausend bessere Spieler, bevor ihr hier was verschwendet natürlich. Bei Kuli Bali zum Beispiel, wenn wir uns das Ganze hier noch anschauen, oder bei Vinaldom, gehen wir hier zurück, gehen wir hier auf Live, man kann immer hier auf verschiedene Squad Builder Challenge gehen und wir gehen auf Live. Es gibt aktuell eben noch hier den Vinaldom zum Beispiel, den wir ja vorher kurz angesprochen haben. Wenn wir uns jetzt hier anschauen, was der jetzt grundsätzlich kosten würde, hier sehen wir ca. 28.000, also 30.000, 36.000 sind wir bei 65.000 plus 55.000 sind wir eigentlich bei fast 105.000 bis 120.000 Münzen, die ihr eigentlich in diesen Spieler investieren müsst. Natürlich habt ihr vielleicht so viele untauschbare Spieler im Kader, damit ihr sagt, naja, ich gebe ja kein Geld für den Spieler aus. Wie gesagt, dann sind das Dinge, die man sich überlegen muss. Insgesamt steht eh hier 121.000, hier 53.000, also hier steht eh immer, was diese Challenge im Endeffekt insgesamt kostet. Wenn man sich das zum Beispiel beim Kuli Bali anschaut und er eben 166.000 Münzen kostet, aber er kostet euch das ja nicht, weil ihr habt ja vermutlich diese Spieler, die ihr für diese Challenges braucht im Kader, aufgrund der Belohnungen von den Division Rival Squad Builder und das Ganze. Wenn ich den jetzt vergleiche zum Beispiel mit Weran, okay? Deshalb habe ich euch gesagt, den damals zu machen, wäre ganz wichtig gewesen, weil der kostet zum Beispiel der Weran 300.000, okay? Und wenn ich jetzt beide mit Shadow ausstatte, okay? hat zum Beispiel Sprintgeschwindigkeit der Kuli Bali mehr, Antritt drei weniger. Aber sonst zum Beispiel in den Defensivwerten, ja, ist der überall besser. Ihr seht hier die Vergleiche, überall grün, grün, grün. Und auch in der physischen Bereich, also diese Karte ist einfach geil gewesen. Leider gibt es die jetzt nicht mehr zum Start, aber ich wollte euch einfach nur erklären, worauf es da ankommt und wie wichtig solche Entscheidungen treffen zu sind. Weil aus Vergangenheit kann ich euch empfehlen, ich habe ja vorher immer reingecash, bevor ich die 0-Euro-RTG mache mit euch in dieser Saison. War mir das egal, habe ich Geld verschwendet, ja, habe ich genügend Geld investiert, habe genügend Münzen. Bei einer RTG muss ich solche Entscheidungen wirklich sorgfältig treffen, weil sonst verliere ich Geld, anstatt dass ich gewinne. Und das soll natürlich nicht das Ziel sein, weil bei einer RTG, bei 0-Euro-Investment, ärgert man sich natürlich dann umso mehr. Ja, meine lieben FIFA und Fußballfreunde da draußen, das war die siebte Episode und ich hoffe, sie war wieder lehrreich, tippsreich und trickreich. Was die achte Episode nächste Woche um die gleiche Uhrzeit bringt, das ist diesmal eine Überraschung. Also, auf jeden Fall einschalten, Freitag, 20.30 Uhr, Laola 1 und ich wünsche euch natürlich wieder ein schönes, schönes Wochenende, bleibt gesund, viel Spaß mit der zweiten Liga und vor allem, wenn ihr vielleicht coole Themen habt, die euch interessieren, schreibt es mir auf den Social Media Kanäle, schreibt es Laola auf den Social Media Kanäle und vielleicht bist du ein Genie und bringst uns auf geile Gedanken, dass wir nächstes Mal eine Episode mit deinen Ideen machen. In diesem Sinne, alles Liebe, alles Gute, nur gemeinsam sind wir stark. Eure Mauerwisker, ciao, ciao, bye, bye, bis zum nächsten Mal.